Fitness mit Marc, Folge 17. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitness-Coach von Marathonfitness.de. Wie machst du das eigentlich, wenn du deinen Körper verändern willst, wenn du Fett abbauen möchtest, wenn du vielleicht Muskeln aufbauen willst? Wiegst du dich regelmäßig? Falls ja, gibt es vier Dinge, die du kennen solltest. Vier unsichtbare Tücken, die dazu führen können, dass die Waage dich anlügt. Und falls du dich nicht wiegst, auch dann solltest du diese vier Punkte kennen. Und darum geht es heute. Viel Spaß beim Zuhören. Tja, wie ist das? Lügt die Waage? Ein schlauer Mann hat mal gesagt, die halbe Wahrheit ist die gefährlichste Lüge. Viele Menschen wollen abnehmen, wollen x Kilo abnehmen, vielleicht 5 Kilo, vielleicht 10 Kilo, vertrauen sich dann ihrer Waage an und begeben sich aufs Glatteis. Die Frage ist, lügt die Waage denn nun? Nein, das tut sie nicht, zumindest nicht, wenn sie funktioniert. Aber sie liefert dir nur die halbe Wahrheit. Wenn du deinen Körper verändern möchtest, um nackt gut auszusehen, dann solltest du regelmäßig auf den Tacho schauen. Dieser Schritt ist wirklich wichtig und wird ganz häufig vergessen. Denn nur wenn du deine Fortschritte richtig misst, weißt du, ob du auf dem richtigen Kurs bist, ob du auf dem Kurs bist zu deinem Ziel. Heute gebe ich dir ein paar Punkte mit, elementare Punkte, die du wissen solltest, wenn du Fortschritte tracken willst. Der Punkt 1 ist vier Dinge, die du über die Waage wissen solltest. Du erfährst heute, warum so viele Menschen mit ihrer Waage auf Kriegsfuß stehen und warum sie dennoch, warum die Waage dennoch unverzichtbar ist, meiner Meinung nach. Darunter liegen nämlich einige unsichtbare Skripte. Das hatten wir ja letztens schon mal. Und diese unsichtbaren Skripte darfst du auflösen, um Freundschaft mit deiner Waage zu schließen. Wie das funktioniert, zeige ich dir heute noch. Der zweite Punkt ist, wie verwendest du die Waage eigentlich richtig, sodass du einen klaren Kopf behältst, dass du dich nicht verrückt machst. Ich habe eine ganz einfache Zwei-Minuten-Methode, wie du deinen Fortschritt tracken kannst. Dazu gehört ein bisschen mehr als nur auf die Waage zu gehen. Mein Versprechen an dich, 120 Sekunden genügen, einmal pro Woche. Dann behältst du die volle Kontrolle. Du siehst, ob du Fortschritte machst. Du siehst, ob du deinem Ziel näher kommst und kannst bei Abweichung rechtzeitig reagieren und gegensteuern. Damit senkst du das Frustpotenzial durch ungenaue Messungen, was halt viele machen, die der Waage zu sehr vertrauen. Dranbleiben fällt dir dann leichter und du bist motivierter, wenn du deinen Fortschritt siehst. Also gehen wir zuerst zum ersten Punkt. Was sind das denn für Situationen, wo die Waage dich anlügt? Als ich für diesen Podcast recherchiert habe, bin ich über ein paar fragwürdige Ansätze gestolpert. Es gibt so einige, wenn du mal in Google eingibst, gibt es so einige kuriose Fastenkuren, wo versprochen wird, du kannst in sieben Tagen zehn Kilo abnehmen. Und auf anderen Seiten findest du Aussagen wie, die Waage lügt dich an, wirf sie weg, stell dich am besten nie auf die Waage rauf. Beides Punkte, die ich für nicht hilfreich halte, weil zwei unsichtbare Skripte dahinter stecken, die dich in eine psychische Falle locken können. Der erste Irrtum ist folgender. Die Vorannahme, dass du innerhalb von nur Tagen kiloweise Fett abnehmen kannst. Und da sage ich Achtung, denn mit solchen Crash-Fastenkuren oder auch so Saftfasten gibt es da häufig, damit kannst natürlich tatsächlich schnell Gewicht verlieren. Aber viele Menschen geben sich der Illusion hin, dass sie in Windeseile Fett verbrennen würden. Und Gewicht ist nicht gleich Fett. Solche mehrtägige Fastenkuren, das ist einfach der falsche Weg, wenn du nackt gut aussehen willst. Du kannst natürlich schnelle Fortschritte auf der Waage machen, aber diese Fortschritte auf der Waage, die können in Wirklichkeit Rückschritte bedeuten. Zum Beispiel, wenn du dabei auch noch Muskeln abbaust, dann kannst du mit Fug und Recht nämlich behaupten, die Waage lügt dich an. Und der zweite Irrtum ist folgender. Wenn die Waage sowieso lügt, dann kannst du sie ja auch wegwerfen. Vorsicht! Wirf mal einen Blick auf das Foto, das ich in den Shownotes verlinkt habe. Shownotes wie immer unter marathonfitness.de-podcast. Und auf diesem Foto siehst du eine Frau, die zugelegt hat. Das sind drei Fotos von einer Frau. Auf dem ersten Foto wiegt sie 56 Kilo, auf dem zweiten 60 und auf dem dritten 62,5 Kilo. Sie hat also über sechs Kilo zugenommen. Und du wirst überrascht sein, wie sich ihr Körper verändert hat. Sie sieht nämlich, also auf dem ersten Bild sieht sie schon gut aus. Sind alles gute Bilder, nur du würdest eigentlich vermuten, dass sie Gewicht abgenommen hat. Das ist ziemlich beeindruckend, weil sich ihre Figur dramatisch verbessert hat, obwohl sie auf der Waage einige Kilos zugelegt hat. Würdest du deswegen gleich sagen, lügt die Waage? Meine Meinung dazu, nur wenn du der Waage die falsche Bedeutung gibst. Wenn du dein Gewicht weiter im Blick hast, dann bleibst du leichter auf Kurs, solange es nicht der einzige Wert ist, den du verfolgst. Denn das Körpergewicht ist nur ein Indikator, einer von mehreren, die du verfolgen und die du auf dem Schirm haben darfst. So wie du vielleicht im Auto nicht nur die Geschwindigkeit auf dem Schirm hast, sondern auch die Drehzahl oder die Tankanzeige. Und bleiben wir gleich mal beim Auto. Wenn du mit deinem Traumauto fährst, keine Ahnung, was das für mich ist, ich habe aber ein klares Bild von meinem Traumauto jetzt vor Augen. Was motiviert dich dann wirklich? Motiviert dich, wie viel PS der Motor hat? Oder motiviert dich vielleicht das Gefühl, wenn du das Gaspedal voll durchdrückst und dann in den Sitz gepresst wirst, während das Auto einfach genau das machst, was du von ihm verlangst? Denn das Thema ist folgendes. PS sind ja nur eine abstrakte Zahl. Meine These ist, das, was die meisten Menschen wollen, ist eigentlich was anderes, was sie mit diesem PS verbinden. Vielleicht das Gefühl der Beschleunigung. Und das ist real. Also frage ich dich, wenn du ein Kilo-Ziel hast, zum Beispiel 10 Kilo abnehmen in so und so vier Wochen, ist das für dich ein motivierendes Ziel, wenn du eigentlich nackt gut aussehen willst? Meine These ist folgende. Das klare Bild von deinem Körper, und zwar wie du aussiehst, wie du dich fühlst, wenn du dein Ziel erreicht hast, das ist das, was motiviert. Das ist das, was eigentlich zählt. Die Kilos sind nur eine halbe Wahrheit. Das ist nur ein Indikator. Dennoch plädiere ich dafür, die Waage ist nicht dein Feind. Sie wird zu deinem Feind, wenn du nur das Körpergewicht betrachtest, ohne deinen Körperbau zu berücksichtigen. Und was das ist, da komme ich gleich nochmal zu. Denn das Gewicht alleine kann dich täuschen. Dann lügt dich die Waage an, weil du ihr eine Bedeutung gibst, die sie nicht verdient hast. Und das kann dann halt der Beginn einer frustrierenden Abwärtsspirale sein, in die viele Menschen geraten und dann zu Recht sagen, vergiss die Waage, das mache ich nie wieder. Du kannst auf jeden Fall, wenn du deine Denkweise änderst, und das würde ich dir auch empfehlen an dieser Stelle, dann kannst du Freundschaft mit der Waage schließen. Du kannst dir die Waage tatsächlich zum Freund machen, wenn du sie als einen Teil in deinem Feedback-Puzzle akzeptierst. Wenn du dein Gewicht als eine von mehreren Variablen annimmst, anhand derer du entscheidest, ob du auf Kurs bist oder ob du eine Korrektur vornehmen darfst. Einige Menschen wiegen sich geradezu obsessiv. Die gehen jeden Tag auf die Waage, manchmal mehrmals. Wenn dann ihr Körpergewicht nach oben geht, frustrieren sie sich. Machen sich schlechte Gefühle. Und wenn das Körpergewicht nach unten geht, dann feiern sie. Weil sie dabei nur auf ihr Körpergewicht fokussiert sind, nehmen sie eine psychische Falle nach der anderen mit. Und das ist genau eine Strategie, die ins Scheitern führt, meiner Meinung nach. Würde ich dir nicht empfehlen. Diesen Fehler vermeidest du, indem du deinen Fokus auf ein anderes Ziel richtest. Und zwar möchte ich, dass du den Fokus vom Körpergewicht wegnimmst und ihn auf deinen Körperbau verschiebst. Der Körperbau ist nämlich deine beste Option, um deine Fortschritte zu verfolgen, wenn du nackt gut aussehen willst. Was ist Körperbau? Das ist eine ganz einfache Formel. Körperbau gleich Verhältnis von Fett zu Muskelmasse. Nochmal, Körperbau ist das Verhältnis deiner Fettmasse zur Muskelmasse. Was bedeutet das? Deine Muskeln sind dein größtes Kapital, auch wenn du kein Bodybuilder oder Kraftathlet bist. Muskeln sind nämlich deine Stoffwechselfabrik. Die sind im ständigen Auf- und Abbau und sie speichern Aminosäuren, also Eiweiße und Kohlenhydrate. Also Nährstoffe, die du mit deiner Ernährung regelmäßig aufnimmst. Je größer deine Muskeln sind, je stärker du bist, desto mehr Kohlenhydrate kannst du in deinen Muskeln speichern. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum sehr muskulöse Menschen viel Unmengen essen können und trotzdem nicht fett werden oder sehr viel langsamer fett werden. Das liegt daran, dass solche Menschen sich mehr Kohlenhydrate erlauben können. Besonders, wenn sie dann auch noch regelmäßig trainieren, also wenn sie diese Muskeln haben und die auch noch regelmäßig benutzen. Dazu kommt, dass stark zu sein sich toll anfühlt. Das ist ein schönes Gefühl von Gesundheit, Stärke, Selbstvertrauen, dass du durch eine leistungsfähige Muskulatur bekommst. Es gibt vier Dinge, die du über dein Körpergewicht wissen solltest. Wenn du weißt, welche Faktoren dein Körpergewicht beeinflussen, dann wirst du die Zahl auf der Waage ganz anders wahrnehmen. Dann wird diese Zahl auf der Waage eine andere Bedeutung für dich kriegen und nicht mehr diese emotionale Bedeutung, die sie vielleicht einmal hatte. Wenn du die folgenden vier Einflussfaktoren kennst, dann kann dich die Waage gar nicht mehr anlügen. Erster Punkt, Körperfett und Muskeln. Die Waage misst dein Gewicht. Aber sie sagt dir nicht, wie viel davon Fett ist und wie viel Muskeln sind. Die Waage misst nämlich alles, was dein Körpergewicht beeinflusst. Und das sind ganz schön viele Dinge. Das ist mehr als Körperfett und Muskeln. Denn da kommen noch dazu Knochen, Organe, Blut, Wasser, das, was du gegessen hast, was im Magen ist, das, was du gegessen hast, was schon ein Stück weiter ist im Darm, also Magen- und Darminhalt und letztendlich das Glykogen, also die Kohlenhydrate, die in den Muskeln gespeichert sind. Nun ist es so, der Wasseranteil eines Erwachsenen macht ungefähr 60 Prozent des gesamten Körpergewichts aus. Da Muskeln mehr Wasser speichern als Fett, steigt dein Wasseranteil im Körper, wenn du Muskeln aufbaust, wenn du regelmäßig Kraft trainierst. Nehmen wir mal an, du nimmst auf der Waage an Kilos zu. Wenn die Kilos, die du zunimmst, nur 100 Prozent Muskeln sind, wäre das nicht toll? Was wäre denn, wenn 50 Prozent der Kilos, die du bei einer Diät oder bei einer Ernährungsumstellung abnimmst, Muskulatur wäre? Das ist übrigens eine durchaus realistische Zahl, wenn du so eine dubiose Crash- oder FDH-Diät machst oder so eine Kur verfolgst und einfach nicht weißt, was du tust. Dann kann es gut sein, dass die Hälfte des Körpergewichts, was du permanent abnimmst, Muskulatur ist. Würdest du dich freuen, wenn dein Körper die Hälfte seiner Muskulatur aufgefressen hätte? Viele Menschen würden höchstwahrscheinlich sagen, nein. Die Kilos, die deine Muskeln ausmachen, willst du um alles in der Welt behalten, wenn du Fett abbauen, wenn du abnehmen willst. Oder du willst sie vielleicht sogar weiter aufbauen. Denn Fett ist das Einzige, was du loswerden darfst. Ich komme zum zweiten Punkt, Wasser. Der Wasseranteil deines Körpers, der kann von Tag zu Tag ganz natürlich. Es ist ein natürlicher Vorgang, um ein bis zwei Kilo schwanken. Wenn du den Kohlenhydratanteil in deiner Ernährung zum Beispiel senkst, dann verlierst du innerhalb von wenigen Tagen noch mehr Wasser. Je mehr du wiegst, also je mehr dein gesamtes Körpergewicht, je höher dein gesamtes Körpergewicht ist, desto größer ist der Unterschied auf der Waage, wenn du Wasser verlierst. Einige Sportler wenden genau das an. Also sie wenden Tricks an, um ihren Wasseranteil zu senken. Kampfsportler zum Beispiel, weil dort die Wettkämpfe nach Gewichtsklasse gehen. Und sie nehmen dann halt natürliche Entwässerungsmittel, sie gehen in die Sauna, sie verwenden Schwitzanzüge und können dann innerhalb von wenigen Tagen bis zu zehn Kilo abnehmen. Warum solltest du jetzt, wenn dein Ziel nackt gut aussehen ist, abnehmen wollen, indem du Kilo weißer Wasser ausschwemmst? Du würdest das ja ohnehin innerhalb von Stunden danach wieder zunehmen. Dann würde die Waage dich tatsächlich belügen. Und das sind übrigens Tricks, mit denen auch einige Diäten vermarktet werden. Also da darfst du immer auf die Etiketten und mögliche Etikettenschwindel achten. Wenn dort steht, du kannst vier Kilo in einer Woche verlieren, dann wäre ich persönlich sehr skeptisch, ob das alles fett ist. Ich komme zum dritten Faktor. Glykogen. Kohlenhydrate, die im Körper eingespeichert werden. Isst du vielleicht an einem Tag mal mehr Kohlenhydrate und an einem anderen Tag weniger? Wenn du dich nach einer sogenannten Carb-Cycling-Methode ernährst oder ein bestimmtes Ernährungsprogramm durchführst, wo du dich kohlenhydratarm ernährst und dann an bestimmten Tagen vielleicht am Wochenende mal ein bisschen mehr Kohlenhydrate isst, dann wäre das der Fall. Und auch damit ändert sich natürlich das, was in deinem Körper passiert. Dein Körper, der speichert die Kohlenhydrate in der Leber und in der Muskulatur als Glykogen ab. Und um dieses Glykogen einlagern zu können, lagert er zusätzliches Wasser mit ein. Das Verhältnis ist ungefähr ein Gramm Kohlenhydrate, zwei bis drei Gramm Wasser. Und wenn du jetzt nach einigen Low-Carb-Tagen einen Tag lang viele Kohlenhydrate isst, dann kann alleine dadurch dein Gewicht um ein bis zwei Kilo ansteigen. Wenn du also nur auf das Körpergewicht achtest, dann zwei Kilo mehr auf der Waage hättest und Fett abbauen willst, dann ist das eine grandiose Möglichkeit, dich total verrückt zu machen. Nicht empfehlenswert. Nehmen wir mal an, du gehst einen anderen Weg, willst Muskeln aufbauen, dann feierst du vielleicht grundlos. Nur weil du mehr Wasser und Kohlenhydrate Glykogen eingespeichert hast. Punkt Nummer 4, den du kennen solltest. Magen- und Darminhalt. Was du gegessen hast, trägst du bis zu 72 Stunden mit dir herum, bevor es deinen Körper wieder verlässt. Natürlich trägt der Inhalt deines Magens und des Darms auch zu dem Körpergewicht bei. Das, was du auf der Waage siehst. Wenn du ein paar große Gemüseteller isst, was eine gute Idee ist, dann wiegst du halt mehr, als wenn du Süßigkeiten isst, die vielleicht viermal so viel Kalorien liefern. Wenn du auf der anderen Seite einen Tag lang gar nichts essen würdest, dann könntest du wortwörtlich über Nacht enorm viel Gewicht verlieren, weil das Ganze natürlich durchgeht und nichts mehr nachkommt. Die spannende Frage ist ja, wie viel davon ist wirklich Körperfett? Antwort, fast gar nichts. Wenn du nichts isst oder nur wenig trinkst, dann nimmst du zwar auf der Waage ab, aber bei den Kilos handelt es sich nicht um das, was du eigentlich reduzieren willst. Das Körperfett. Viele dubiose Diäten setzen auf genau diesen Effekt. Es gibt dann so Dinge wie Einläufe, die den Darminhalt entleeren. Dann gibt es halt Suppen oder Saftfasten. Das hat einen ähnlichen Effekt. Wasser geht relativ schnell wieder raus und du würdest dann auf der Waage sehr schnell abnehmen. Aber letztendlich ist das nur eine tolle Methode, sich selbst zu betrügen. Das Gewicht, das du verlierst, ist ja kein Körperfett. Lass uns das nochmal kurz auf den Punkt bringen. Zu viele Menschen lassen sich von ihrer Waage belügen. Und ich gebe zu, ich habe das früher auch gemacht, als ich diese ganzen Punkte noch nicht wusste. Das sind Menschen, die halt nur das Körpergewicht tracken und halt nur die halbe Wahrheit kennen. Es ist überhaupt kein Wunder, dass so viele Menschen bei uns mit ihrer Waage auf Kriegsfuß stehen, weil sie diese Verknüpfung im Kopf haben. Ein Kilogramm auf der Waage bedeutet ein Kilogramm Fett. Fett ist eben nur einer von ganz vielen Faktoren. Ich habe das im Coaching ganz häufig mit meinen Kunden. Dass sie auf der Waage nur ganz langsam Fortschritte machen und ganz langsam abnehmen, während der Körperfettanteil aber ziemlich schnell absinkt. Ein Teil meiner Aufgabe besteht dann meistens darin, den richtigen Fokus zu geben, wenn ich Kunden habe, die abnehmen wollen. Und zwar weg vom Körpergewicht hin zum Körperbau. Mit der richtigen Ernährung und dem richtigen Krafttraining und Ausdauertraining kannst du stärker werden, während dein Körperfettanteil sinkt. Nun lass uns zum zweiten Part dieses Podcasts übergehen. Und zwar eine simple Zwei-Minuten-Methode, wie du deinen Körperbau richtig tracken kannst. Vielleicht hast du schon mal was von so Messwerten wie Idealgewicht oder Body Mass Index gehört. Das sind zwei Beispiele von Werten, die suggerieren, dass du damit den Körperbau messen kannst. Das ist aber Blödsinn. Denn die berechnen sich nur aus deiner Körpergröße und deinem Körpergewicht und sagen extrem wenig über deinen Körperbau aus. Wir haben ja schon festgestellt, mit dem Körpergewicht kennst du nur die gefährliche halbe Wahrheit. Unabhängig davon, ob dein Körpergewicht steigt oder sinkt, kannst du eben trotzdem auf Kurs sein. Um das Bild zu vervollständigen, solltest du insgesamt drei Werte verfolgen. Drei Werte reichen. Wert Nummer eins ist die Waage, ist das Körpergewicht. Wert Nummer zwei, Körperfettanteil. Wert Nummer drei, Fotos. Also Körpergewicht, Körperfettanteil und Fotos reichen. Wann und wie oft solltest du dich wiegen? Es reicht aus, wenn du diese drei Werte, Körpergewicht, Körperfettanteil, Fotos, einmal pro Woche aufnimmst. Im Coaching empfehle ich immer den Montag. Der Montag ist deswegen gut, weil es den meisten Menschen dann leicht fällt, auch am Wochenende dran zu bleiben. Tägliches Wiegen halte ich für unnötig. Denn von einem Tag auf den anderen wirst du keine Fortschritte machen oder Rückschritte machen, die sich irgendwie auf der Waage messen lassen können. Was du stattdessen von einem Tag auf den anderen messen würdest, wären die natürlichen Schwankungen in deinem Gewicht. Und ich sehe da ein großes Risiko, und zwar das Risiko, dass du dich mit diesen Werten verrückt machst. Und zusätzlichen Stress wirst du dir beim Abnehmen sicher nicht machen wollen. Zweiter Punkt, Körpergewicht. Auch wenn dein Gewicht nur die halbe Wahrheit ist. Miss es. Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass Menschen, die ihr Körpergewicht verfolgen, bessere Fortschritte machen. Der Trick liegt darin, dass du deinem Körpergewicht die richtige Bedeutung gibst. Lass uns mal ein Gedankenexperiment machen. Stell dir vor, du hast dein Ziel schon erreicht. Du hast den Körper, den du dir vorstellst. Du bist definiert, du bist muskulös. Nichts wackelt, es sei denn, es soll wackeln. Und das, was du im Spiegel siehst, haut dich vom Hocker. Würdest du dich dann darum scheren, wenn die Waage jetzt auf einmal zwei Kilo mehr anzeigt? Du solltest drei Punkte wissen, wenn du dein Körpergewicht misst, um diese Schwankung möglichst niedrig zu halten. Ich empfehle dir, dein Körpergewicht gleich morgens zu messen. Schritt Nummer eins. Direkt nach dem Aufstehen trinkst du ein bis anderthalb Liter Wasser. Ich weiß, das klingt nach viel. Ist es auch. Und du tastest dich langsam daran. Dann wartest du, Schritt Nummer zwei, etwa 30 Minuten. Dann musst du auf die Toilette. Und danach gehst du auf die Waage. Dann hast du den Wert und jetzt kannst du frühstücken. Da jede Waage etwas andere Werte liefert, empfehle ich dir, immer das gleiche Gerät zu verwenden. Moderne Waagen machen dir das Buchführen über dein Gewicht ziemlich leicht. Welche Waage ich verwende und empfehle, siehst du in den Shownotes. Punkt Nummer drei. Wie du deinen Körperbau richtig misst. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass der Körperfettanteil ganz wichtig ist. Wie misst du den? Die genaueste und einfachste, Methode, um deinen Körperfettanteil zu Hause zu tracken, ist die Hautfaltenmessung. Und zwar mit einer sogenannten Kaliberzange. Die einfachste Methode ist die Einpunktmessung. Dazu nimmst du eine Hautfalte in der Nähe des Hüftknochens, ziehst da die Haut leicht ab und misst dann mit der Zange nach, wie dick die Hautfalte ist. Das ist ziemlich einfach. Eine Kaliberzange kostet nicht viel, ungefähr 20 Euro, meist ein bisschen weniger. Ich empfehle da eine spezielle Zange. Solltest du auch mal in die Shownotes gucken, wenn du das damit machen möchtest. Ich habe dort auch verlinkt eine Anleitung zur Hautfaltenmessung. Ich sage dir, das geht innerhalb von Sekunden. Ist ganz easy und auch eine Tabelle, wo du halt die Hautfaltenmessung in Körperfettanteil übertragen kannst. Es gibt auch ein paar noch genauere Methoden. Dreipunktmessungen findest du auch bei mir auf dem Blog. Sobald du deinen Körperfettanteil und dein Körpergewicht kennst, kannst du jetzt deinen absoluten Körperfettwert in Kilo bestimmen. Und das willst du tun. Du willst halt dein Körpergewicht mit dem Körperfettanteil multiplizieren. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir nehmen einen Menschen, der wiegt 100 Kilo und hat einen Körperfettanteil von 10%. Dann wäre 10% von 100 Kilo, Körpergewicht an Fett 10 Kilo. Der Rest seines Gewichts, in dem Fall 90 Kilo, wäre dann fettfreie Masse. Und das ist genau das, was den Körperbau ausmacht. Dass du diese beiden Werte kennst. Die fettfreie Masse und die Fettmasse. Der letzte Punkt ist, du machst Fotos. Ganz einfach fotografiere dich in Unterwäsche, einmal im Profil und einmal frontal. Am besten immer am gleichen Ort. Und das war's. Und jetzt hast du das vollständige Bild. Wenn du Fett abbauen willst, dann darf sich dein Fettgewicht absenken. Wenn du Muskeln aufbauen willst, dann darf sich deine fettfreie Masse nach oben bewegen. Das Gesamtgewicht ist dabei ziemlich irrelevant. Und jetzt hast du das vollständige Bild, mit dem du dich auf deinen Körperbau fokussierst. Dann ist die Waage nämlich dein Freund. Die Waage ist eins von mehreren Puzzleteilen. Und das dürfen wir einfach so akzeptieren. Bestimme deinen Körperbau einmal pro Woche. Nicht öfter, nicht seltener. Wiegen, Kaliber, Zange, Fotos. Drei simple Schritte. Dauert nur wenige Minuten. Viel Erfolg und vor allen Dingen viel Spaß damit. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast at marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de schrägstrich podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Kompliment, das klickst das Ojusquart. Wenn du mir machst, sagts mal, wenn du mir herausgehen kannst. Wenn du mir herausfinden, wenn du mir aus dem Punkt bist, dann kannst du mir deinen